The other day Neuer Innenausstattung Neuem Design Neuem Preis Meine lieben Freunde Gönnt es euch Gründet eure eigene Organisation Und kauft euch vielleicht ein Häuschen in den Wallenwood Hills Gründet eure Organisation Stellt eure eigenen Mitspieler als Angestellten ein Kämpft gegen andere Organisationen Und dann lasst es so richtig krachen Kauft euch neue Fahrzeuge Designerfahrzeuge Oldtimer Gründet eure Organisation Und zeigt was ihr könnt Und danach kauft ihr euch eine fette Luxusjacht Mit Helikopter Mit Angestellten Mit Kapitänen Feiert Partys Kauft euch gepanzerte Autos Und dann geht das los Kämpft gegen andere Organisationen Und kauft euch die größten Dinger Die es gibt in GTA Online Ich werde nächste Woche auf jeden Fall Ein Hunderter in das Spiel reinklatschen Das Ganze für euch antesten Und ich würde sagen Ich sage erstmal Servus und Tschüss Bis dann Euer Schnacker Und es wird ein geiles DLC